Ja, herzlich willkommen ihr Lieben. Heute möchte ich mit einer stillen Minute beginnen. Ich möchte damit starten, dich einzuladen, dich mal wirklich zu fühlen. Wie geht's dir gerade? Wie fühlt sich dein Körper? Was sagt dein Herz? Und wenn du deine Fühle so ausfährst in die Welt, was fühlst du? Und ich lade dich auch ein, mal die Dankbarkeit wirklich zu fühlen und auch deine Hochachtung auszusprechen für alle, die aktiv sind. Wenn du selbst bist, sprich dir selbst diese Dankbarkeit und diese Würdigung aus für deinen Einsatz jetzt und hier. Dankbarkeit ist so ein Schlüssel. Also ich spüre immer wieder, egal in welcher Stimmung ich bin, wenn mich etwas irritiert oder aufregt oder beglückt oder bedrückt. Wenn ich mich hinsetze, mal wirklich wieder spüre und dann in die Dankbarkeit gehe, dann kommt immer so eine Fülle zu mir zurück. Also es ist wie der Schlüssel zur Fülle, zu dir zurück. Der Anschluss zur Fülle. Ich möchte euch gerne so viel schenken und so viel geben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Und ich ende das Video jetzt hier. Ein kurzes Video. In der Kürze liegt die Würze. Ich danke euch.